So, wir sind hier auf der Pierre-Cardin-Ausstellung und wir sind sehr gespannt. Was sagst du vor? Ja, wir sehen hier den berühmten Schmetterling. Das ist der berühmte Schmetterling. Das ist wirklich hammer. Sehr futuristisch. Sehr futuristisch. Was ist das hier? Das ist die Litfaß-Tonne. Wie? Litfaß-Tonne. Die Litfaß-Tonne, geiler Kommentator. Litfaß-Tonne mit Bling-Bling. Bling-Bling, ja. Ja, und das hier? Oder auch die Schraube genannt. Achso, das hier die Schraube, ja. Warte. Das ist das berühmte Modell Lakritz auf Schulter. Geil. Sehr gerne getragen von Pierre-Cardin-Ausstellung. Ich persönlich, dem Schöpfer. Okay. Und das hier? Das ist die Schnecke. Die Schnecke? Die Schnecke. Aber die nackte Schnecke, oder? Nackte Schnecke. Guck mal. Ach, am Hals. Ach, am Hals. Okay. Ja, hammer. Ich glaube, das ist da die Russenabteilung, oder? Wahnsinn. Hast du das? Ich gehe es her. Ja. Mega geil, das gefällt mir. Hammer, Hammer. Oh, die sind mega cool, diese Overalls. Der gelbe ist toll, der gefällt mir. Grün ist auch sehr schön. Ja, das ist mein Favorit. Sehr schön. Tolle Farbe. So, und, was ist das hier? Mandarine unterwegs oder Orange? Schlappe Kartrelle. Was? Schlappe Kartrelle. Der Frank sagt ja nicht viel, aber wenn er mal was sagt, dann hat er was gesagt. Der fruchtige Pilz. Der hier, der fruchtige Pilz. Geil. So, ich verabschiede mich.